hallo und herzlich willkommen bei alexanderp let's play off the fight karten allein lochensbach wir fahren mit der linie e80 ja e80 genau lochensbach bahn scheidt nicht markt von lochensbach bahn scheidt bahnhof so heißt es und dann bestand da endet und let's play so wir müssten leider das wieder von 0 eingeben 0 8 0 0 1 oder 2 so genau jetzt haben wir so stark halte stelle 3,5 minuten geht es los mal vorgestellt warten bis 1,5 minuten dann fangen wir auch so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächste Haltestelle Bahnscheid, Bahnhof Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt heizen! Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo? Nächste Haltestelle, Bahnscheider Markt Der nächste Livestream kommt am 28. Mai Um 17 Uhr will ich die starten Und dann, genau, das ist jetzt mein nächster Livestream Weil ich diesen Bock so keine Zeit habe Er räumt sie mit seinen Tage wieder Wie ich das liebe, nicht Solaris! Solaris! Hallo? Ja, kommt sie rein, kommt sie rein Gehen sie raus, oder bleiben sie draußen Ja, komm! Ja, los! Oh, ja, du, alter Mann Tag So, und weiter geht's Nächste Haltestelle Über Bahnschein Über Bahnschein So, jetzt geht's Und dann geht's So, jetzt geht's Oh, ja, du, alter Mann So, jetzt geht's Oh, ja, du, alter Mann Oh, ja, du, alter Mann Keine, du, alter Mann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächste Haltestelle. Ja. Vielleicht wird es. So, der zweite Ausfahrt standen da. So, der zweite Ausfahrt standen. So, der zweite Ausfahrt ist. 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, eine Minute Verspätung, das geht ja noch. Wenn wir mehr Verspätung hätten, wäre es gar nicht zu sein, als zum Glücklichkeilig, sagen wir einzeln. Nächste Haltestelle, Stadthalle. Halb umziehen, kennt ihr ja, muss man erst mal 150 jahren warten, bis der Plan hat. Hallo, hallo, wir wollen keine Fahrkarten haben, keine Scheiße, ich habe ein paar Fahrkarten gefahren. Stadts links ab wie Coretta rausgefahren. Ach, dann rechts rum. Nächste Haltestelle, Winsenburg am Brücken. Nein, da waren wir schon. Jungs. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Nächste Haltestelle Gesundheitsstraße. Ja, noch langsamer. Hallo! Hallo! Guten Tag! Nächste Haltestelle? Uh! Rote Ampel! 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 Vielleicht dabei, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die Ansage privat bekommen, den Bus, die Ibis genauso. Das darf ich keiner weiter leider geben, tut mir leid. Hallo. So, warten. Bestes Grün wird. 1,5 Minuten Verspätung. 1,5 Minuten Verspätung. 1,5 Minuten Verspätung. 1,5 Minuten Verspätung. Langsam fahren, um zu schnell. 1,5 Minuten Verspätung. 2,5 Minuten Verspätung. 1,5 Minuten Verspätung. Hallo. Hallo. Ja, wir kommen langsam doch zu Ende. Das ist jetzt unser Next Night West End. Dies muss Ende. Endet dort. Hatte es wieder eine Lautheit. Auch unsere letzte Idee endet dort. Die Ansage, dann geht es weiter. Nächste Haltestelle. Westende. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Und in diesem Video abonniere mich, die neue Linke Jungs und Mädels. Geht meinen Kanal rum, schreiben und so. Oder schreibt einen Kommentar unter diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alexander LP. Ade. Dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Ich kann die inflammatorye machen. Ich kann die kleine Pfeile weg. Ich kann das Kind nehmen. Ich kann das nicht mehr koyern. Ich kann das nicht mehr in die Situation hinein. Ich kann das nicht mehr in die Situation ist. Ich kann das nicht mehr. Aber da wird berühre. Keine Eizung. Danke, dass du das nicht schießt. Ich kann das auch mal, und zuerst in den Dumpfunk. Ich kann deine Entzeln mir verhauen. Ich kann das nicht mehr, nachdem du das Spiel darauf hinweg. Deine Bankierkneige. Bis zum nächsten Mal.